Hier, heute zeige ich euch, was ihr am besten nicht machen solltet, nämlich so zu fahren, wie ich es gerade mache, so sollte man es nicht tun, denn wenn man so fährt, schafft man es, das gibt's doch nicht, wie geil, geht's in einer Runde durch, ja ok, also, wieso nicht, cool. Hey, jetzt bin ich gerade selbst überrascht, jetzt beschimpfe ich schon mein Let's Play als Fail Play und genau dann funktioniert's, das gibt's doch gar nicht. Egal, Hauptsache ich hab das geschafft. Und so schwer war es ja auch gar nicht. Ich konnte das eigentlich, die ganze Zeit schon, ich wollte es am Anfang nur nicht zeigen. Genau. Grüß dich. Hast du mich gerade geschlagen? Ok. Achso, ich muss sofort von da oben los. Also, das sollte doch wohl nicht so schwer sein. Hä? Hä? Oh, jetzt muss ich 5000 punktig. Oh, Alter, jetzt schaffe ich es sogar da lang. Das gibt's doch gar nicht. Oh, oh, oh. Ok, wie viele Punkte jetzt? 6000. Und Slade. Ja, komm, 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 komm. Oh, schade. Aber so viele hintereinander ist auch krass. Aber schon geil. Krass und geil gleichzeitig. Okay. Jetzt hab ich auch verstanden, wieso ich auf einem auf dem Dach war. Ich war grad völlig irritiert. Nochmal. Hier wird nicht aufgegeben. Hier wird bis zum bitteren Ende weitergekämpft. Okay. Bieten muss Gas. Besten drei Kombos. Ja, das sollte doch eigentlich nicht so schwierig sein. Ist es aber. Okay, okay, okay. Dummer Zug. Dumme Straßenbein, meine ich. Alter. So, also der Anfang ist ja hier leicht gemacht. Aber dann hier wird schwierig. Hm, schade. Naja. Die Mission ist zu schaffen, aber... Was, hey? Hallo? Vielleicht finden wir noch eben eine andere. Nee, bei dem waren wir vorhin schon. Aufgeben ist nicht drin. Wir suchen uns eine andere Mission. Zack. Noch ein bisschen Geld. Ich glaub, viel mehr sind hier gar nicht mehr. Ich glaub, sogar gar keiner mehr. Nur noch diese drei. Hm. Vier. Ach stimmt. Und da hinten ist noch einer mit diesen komischen... Slide. Den ich nicht verstehe. Ja, ich versuch's nochmal. Ja, und ich biete dich. Ich hau dich weg, Junge. Okay, das reicht für die Punkte. Sogar 14.000. 5000 Punkte. Okay. Wenn ich das nicht schaffe, muss ich da unten versuchen, in Manuel zu kommen, denke ich. Das... Das dürfte doch eigentlich nicht so schwierig sein. Weil irgendwie jetzt darüber schaff ich's nicht mehr. Uah! Fall nicht hin. Okay, also dieses Leiden war schon fast 5000 wert. Hab ich grad gesehen. vielleicht sollte ich mir was... andere Slides da reinhauen. Ach nee. Und dass man auch immer wieder von... ganz von vorne anfangen muss, ist kacke. Man könnte doch gleich bei dem nächsten Kombo wieder weitermachen. blöd gemacht. Äh, mir fällt grad voll nicht an, was ich sagen soll, also... Verschlägt's... verschlägt es hier die Sprache. Wieso? Wieso? Wuhuhuhu... Alter, nee. Das gibt's auch gar nicht. Und noch ein... Und noch eine Runde. Alter, herzlich willkommen bei Fail Let's Play. Vielleicht funktioniert's dann wieder, wenn ich's sage. Heute zeige ich euch die besten Fails. Den Tony Hawk's Pro Skate Nr. 4. Wie man sieht, hat es nicht geklappt. Ich verschwöre gleich einen Geister vorauf. Geister, hört mich an. Ich muss das schaffen. Geh weg, Auto. Einfachen ist doch leicht. Komm und zack. Och, Menno. Irgendwie lege ich mich da unten immer auf die Schnauze. Wieso, weiß ich nicht. Komm. Jetzt aber. Das haben wir doch gerade auch schon geschafft. Hier lang. Ich muss da einen Trick mehr reinhauen. Dann könnte es klappen. Dann könnte es klappen. Okay, das klappt. Wie geil war das denn gerade? Ich kann an der Wand hochlaufen. Es wird Spider-Man. Wie geil sieht das denn aus? Das sah ja wirklich so aus, als könnte ich die Wand hochlaufen. Und zack, wieder runter. Es ist nicht alles so einfach. Und noch eine Runde. Und noch eine Runde. Jetzt schaffe ich schon das nicht mehr. Also, ich weiß nicht, wo das hier letztendlich enden soll. Das sind doch einfach keine Enden hier. Wieso macht er kein Manuel mehr? Komm. Ich hacke doch wie verrückt auf der Tastatur rum. Ach, verdammt. Ich habe vergessen. Tricks da oben zu wechseln. Oh, geh weg, Auto. Es ist ein wunderschöner Tag. So wie ihn jeder mag. Nur ich nicht. Ich koche. Ich koche. Lalalala. Denn dieser Tag ist schrecklich. Einfach nur Horror. Ja. Geil. Uah. Komm. Geil. 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 Ja. Boah. Ja, ich will speichern. Unbedingt. Huh. 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 Boah, ist ja schwer. Ja, ich will. Wieso nach Alcatraz? Ja, wieso nicht? Ich habe gedacht, ich könnte sofort. Hui. Oh cool, ich kann Leute reinwerfen. Hui, hui. Zack, 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 zack. Ist ja geil. Also genau das machen, was ich gerade gemacht habe. Das sollte ja nicht so schwierig sein. Geil. Richtig geil. Schill-Mission. Und einen auf dem... So, da einen drauf, genau. Oder? Ne, ne, ne. Das brauche ich unbedingt, um mehr Punkte zu... Sheeten? Nein. Wir sheeten ja nicht. Überhaupt nicht. Und wenn, sage ich schon Bescheid. Oh, da ist wieder der Fotograf. Aber ich suche... Naja, vielleicht wisst ihr es schon. Mr. Drunkman. Kann ich dir helfen? Hey, listen. I escaped 40 years ago and they ain't party yet. Make a ruckus while I make a run for it. Knock over stuff and then hit that foghorn. Haha, wie cool. Der liegt da schon 40 Jahre. Okay, dafür bekomme ich Sekunden. Okay. Und dann soll ich irgendwie das Horn... Blasen? Ah, ha, 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 ha. No. Ha, 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 ha. Halt in die falsche Richtung. Das ist ja voll idiotisch. Sie ist ja voll idiotisch. Dass ich da meritumrechte. Komm, schaffe das mal. Schaffe das mal, schaust darüber. Nein, okay. neue runde neues glück die mission sollte doch zu schaffen sein ist doch eine der anfangsmissionen so sieht es aus alter auto gehen wir da weg ist stehst mir scheiße wieso habe ich die nicht bekommen kacke und dann soll ich glaube da hier weiter okay zwölf tonn solche umwerfen schaffe ich doch nie gerade noch so ja ist sicher voll einfach alter so wechseln ich spreche jetzt mit was ich mache dann ist sicher einfacher wechseln fahr da aus okay gas geben hier lang links rübersladen rübersladen nein nicht fallen nicht fallen egal kommt geht weiter dann ist ja gut wenn es weitergeht kom 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 die zeit muss reichen die zeit muss reichen die zeit muss reichen und das nebelhorn tuten ja naja bestimmt nicht so wie man es eigentlich hätte machen sollen aber wenn man es schafft klappt es ist ja auch gut der freut sich aber da lädt sich aber ein loch ins bauchen hier woher oder ein traktor ich meine bagger traktor ich zeig dir mal was ab ist die späschung die treffe das sehen ich lebt das sind sie nicht lebt irgendein stück okay das sollte doch nicht so schwierig sein äh zack ähm hat das jetzt nicht gereicht äh wie sagt es dir nicht gereicht ich habe den flip gezeigt junge Ist alle zufrieden. Machst du das selber besser. Alter, ich hab dir doch grad einen Flip gezeigt. Aua. Ach. Ich klatsch das Spiel gleich an die Wand, wenn ich's könnte. Und es nicht einfach nur auf der Festplatte wär. Naja, die CD könnte ich ja gegen die Wand klatschen. Es macht mich wahnsinnig. Naja. So. Da kann man runterfahren. Will ich aber nicht. Ne. Ne, will ich jetzt nicht. M-m. Oh, geil. Geil. Ist das ein Fenster? Ja, geil. Ey, warte. Da will ich runter. Da will ich runter. Also hier klappt ja echt alles perfekt. Wie geil. Ne, ich glaub ich hab ne Idee. Mit einem Transfer da rein. Und zack. Ja, so geht's. Geil. Geil. Kommt nett hier runter. Cool. Okay, das können wir ja mittlerweile. Alter. Was quatscht du mir alles zu, ey? Sehr sympathisch ist der mir nicht. Ähm. Ja, warte, 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 warte. Okay, ich versuch's. Aber es ist so schwer. Fähr's mir einfach zu schnell. Okay. Genau, ich versuch's einfach nochmal. Alter, warte, 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 warte. Alter, was ist das für ein Typ? Alter, was ja quatschen kann. Mann, das ist ja krass. Der macht ja eine Alcatraz-Tour in zwei Sekunden. Okay, warte, 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 warte. Alter, in dieser Zeit ist das schon echt heftig. Alter, was machst du da? Du sollst dich hinten dranhängen. Alter, mach doch mal ein Slide da drüber. Nein, nicht da runter! Okay, nochmal neu. Aber das krasse ist, was der erzählt, stimmt sogar alles. Das ist schon heftig. Das ist schon heftig. Was?